Seid gegrüßt, seid gegrüßt, ähm, es geht wieder weiter mit einer neuen Folge, äh, Photoshop Tutorial, genau, wir haben jetzt hier den Stream am Laufen wieder, wie jeden Mittwoch, äh, genau, ich würde sagen, in dieser Folge, oder, beziehungsweise für alle, die letztes Mal nicht dabei waren, erkläre ich nochmal das Bild, und zwar, äh, genau, es fing alles an mit dem Lineart, ohne alles, so, ne, und, ja, dann, äh, dann ist irgendwann, sag ich mal, dann kam diese Palmen dazu, die ich dann erstmal reininterpretiert hatte, erstmal als, äh, Idee, dann grobe Farben, hier, ne, ganz grobe Farbflächen, einfach sehr, auch über das Lineart hinaus, ganz unsauber, ganz egal, ähm, extra unsauber, sozusagen, dann, äh, die Feinheiten, so, die Feinheiten sind jetzt auf einem Layer über allem, sozusagen, auch über den Lines, das heißt, am Ende sehen wir, sehen wir keine Lines mehr, oder, beziehungsweise nur noch schwach, so, und jetzt, zum Ende hin, sozusagen, oder, sobald hier eine Figur ausgearbeitet ist, kommt der Shape, sozusagen, die Shape wird, die, die Form der Figur, die Outlines, werden, sozusagen, ausgeschnitten, und dann wird das, sozusagen, im Vordergrund kommt dann unser Hintergrund rein, das klingt ein bisschen abgedreht, erstmal, aber ihr werdet es schon sehen, wenn wir soweit sind, dann versteht ihr, was ich meine. Aber ich muss einmal kurz mich selber davon überzeugen, dass der Stream jetzt auch läuft, und dann können wir es schon loslegen. So, wir machen nämlich hier, wir werden jetzt den rechts hier, den, den Echsenmenschen dort hinten, den Echsenmann, da hinten, den werden wir ausarbeiten, dieses Mal. So, aber bevor wir hier anfangen, seine Form auszuarbeiten, fangen wir erstmal an, ihn, ihn allgemein, die Details drauf zu bringen. Gut, 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 gut. So. Alles klar, das passt, der Stream läuft. Ich hab den Chat an. Ich würd sagen, ab dafür. Fangen wir einfach mal an. Tja, wie sieht's aus mit dem? Also, im letzten Video haben wir schon viel besprochen für ihn hier, für den unteren sozusagen, unten links, aber jetzt ist natürlich auch der andere dran. Was gibt es da zu sagen? Bei ihm ist vor allem ein, wie soll man sagen, eine Schwierigkeit vor allem, und zwar die Perspektive bei ihm. Wir haben bei ihm hier von der Seite, Seite ist das Einfachste, und hier haben wir Schräg. Das ist eigentlich das Schwerste, aber ich finde bei so, bei diesen langen Mündern, so, ne, da ist es am schwersten von vorne. Lange Münder, wie nennt man das denn? So, lange Schnauzen. So, wie das halt Dinosaurier haben. So, dann, da finde ich das echt, da ist das echt am schwierigsten, ähm, das vernünftig hinzukriegen. Mal gucken, wie wir es machen. Mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ich glaube, das wird schon, um ehrlich zu sein. Ja, Hauptsache, wir haben ihn, ihn selbst im Blick, sozusagen. So, jetzt mal hier. Nee, das muss nicht. Gut, ja, es geht los. Er ist, er ist, wie soll man sagen, er ist knifflig. Er ist knifflig, aber das Gute ist, wir haben, wie gesagt, jetzt hier schon zwei Beispiele, wie die aussehen von, von der Seite. Und genau das werden wir dieses Mal beachten. Zu seinem Charakter, für alle, die letztes Mal auch nicht dabei waren. Ähm, ich hatte letztes Mal gesagt, der soll einer, der soll einer von denen sein, die etwas stärker sind, etwas draufgängerischer, aber sehr treu. Also als, als, ähm, wie soll man sagen, das sind ja, das sind ja, äh, so, das sind hier ja Krieger, ja. Und er hier, das ist ganz klar der Held, der, der etwas, ähm, der mit auch ein paar Schwächen vielleicht, so, also er sieht halt, ich finde, er sieht freundlicher aus, als die anderen beiden, sozusagen. Und er sieht eher so ein bisschen gewitzter aus, so ein bisschen, äh, wie nennt man das, äh, so ein bisschen, äh, hinterhältig, so. Und hier rechts haben wir einen, der ist, ich finde, er ist eher wie so der Starke, aber auch der Treue, sozusagen. Der, nicht ganz so Schlaue, der, der halt folgt, weil, nicht, nicht aus den falschen Gründen, sondern der folgt, weil, weil er Ideale hat, sozusagen. Und diese Ideale verfolgt er im Grunde ganz stumpf, sozusagen. Aber gut, also mal, mal gucken. Auf jeden Fall würde ich ihn ganz gerne so hinkriegen. So, und hier haben wir eine Linie. Diese Linie ist sozusagen genau der Punkt, an dem der, dieser, dieser, äh, diese Kopfplatte sich wieder, sozusagen, nach unten wölbt. Das ist der Sinn dieser Linie. Oder so interpretiere ich das jetzt mal von der Skizze. Im Grunde ist mir das überlassen. Wichtig ist, dass man auch den Zwischenton hier überlöst. So, den Helm, diesen Blauton. So, ich hoffe, der Stream läuft bei euch. Wenn nicht, bitte ich euch, das einmal im Chat zu schreiben. Wenn ihr das Video jetzt guckt, dann wird euch das herzlich wenig interessieren. Weil, da läuft das Video ja eh. Ich meine nur für die, die den Stream gucken, einmal schreiben hier in den Chat. Weil, ich sehe jetzt nicht, ob ihr zuseht oder nicht. Ich sehe nur, ich sehe nur den Chat. Hm. Ist doch doof. Irgendwo muss man doch sehen können, wie viele Viewer man hat. Also, ich sag mal, ich hab jetzt folgendes. Wir hatten letztes Mal, ähm, haben viele gesagt, ja, der, der Stream, der, der laggt und, ah, da, ich kann nicht richtig zusehen. Und das fand ich, das hat mir so leid getan, weil die das so gern zusehen wollten. Ähm. Und, ja, das, 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 das Problem war, mein Internet war so schlecht. Ist es auch immer noch. Äh, und es war so schlecht vor allem, weil es halt nicht nur, es hat nicht nur das, äh, gestreamt, das Video, sondern ich hab's halt auch gleichzeitig direkt empfangen. Also, ich hab direkt dabei, während das Video gestreamt hat, mir auch das, äh, den Stream war ich gleichzeitig drin, mit dem Stream, um den Chat zu lesen. So, und, um den Chat zu lesen und Fragen zu beantworten. Und, ja, ne, was soll ich sagen? Also, das ist halt doof. So, anders geht's irgendwie nicht. Aber letztens kam dann ein Kumpel auf mich zu und der sagte, ach, hier, Fabrik, es gibt doch die Möglichkeit, den Stream, ähm, nicht anzuhaben und einfach nur, äh, einfach nur den Chat anzuhaben. Und das hab ich jetzt auch. Nur, hm, tja, jetzt seh ich gar nicht, wie viele online sind. Ich weiß ja gar nicht, ob hier grad gar keiner ist, vielleicht so. Naja. Aber auf jeden Fall ist derjenige, der jetzt grad das Video guckt, hier, auf jeden Fall dabei. In diesem Augenblick sozusagen. So. Wieder zu den Schuppen. Ähm, wir malen jede Schuppe einzeln aus. Das heißt nicht, dass wir uns für jede Schuppe eine Stunde Zeit nehmen, aber wir setzen für jede Schuppe selber einen, einen Stich, sozusagen. So, und auf den Highlights, also einzelne Schuppen kriegen auch Highlights. Dann sieht das auch nach was aus. Die anderen Schuppen kriegen halt keine Highlights. Und das ist ganz wichtig. Ähm, da kommen wir zu einer Sache. Wenn ihr aufhält, wenn ihr mit verschiedenen, wenn ihr mit Farbe arbeitet und, ähm, sag ich mal, Helligkeiten reinbringt, merkt euch eins, belichtet nicht alles überall gleich. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Denn, man schießt sich nur selbst ins Bein. Erstmal dauert es länger, alles gleich zu belichten. Oder man belichtet alles schlecht, aber das ist halt nicht die Lösung. Ne, ne, aber nehmen wir mal an, man will einfach nur, äh, ganz normal das belichten. Ja? Ähm. Man fängt also an, oder man, ganz gut belichten, so. Man fängt also an, zu belichten. Und dabei, ähm, wird auf einmal, äh, und dabei fängt man auf einmal an, alles zu belichten. Größter Fehler, den man machen kann, erstmal zieht man, zieht das ordentlich Zeit und zweimal wirkt es nicht. Es wirkt nicht so sehr, wie, wie wenn man, äh, nur einzelne Sachen belichtet hat, vor allem. Vor allem, ne, man sollte vielleicht sich überlegen, die zu belichten, die Sachen, die, ähm, die im Fokus sind. Aber das ist so, so eine Idee. So. Äh, er hat auf jeden Fall auch den Schild, wie die anderen, wie seine Kompagnons. Aber er wird sein Schild vor allem, hm. Er wird sein, dieses Goldding, da bei seinem Schild wird er vor allem hinten haben. Hier an der hinteren Seite. Von dem Schild. Und zwar hier. Ah, mal gucken. Irgendwie stört mich das mit dem Schild. Es ist nämlich nicht der gleiche Ton, wie bei den anderen Schildern. Das ist gut eigentlich. Also wenn man unterschiedliche Töne hat, dann ist es immer sehr gut, finde ich. Nur in dem Fall ist es jetzt ein bisschen, hm. Ich frage mich, ob das so gut ist. Weil, ich werde nämlich am Ende bei beiden nochmal so ein, mit den Farbwerten was machen. Und wenn ich jetzt das hier schon mache, dann brauche ich später die Farbwerte nicht mehr anzupassen bei ihm. Aber bei dem anderen muss ich das noch machen. Deswegen bin ich da so ein bisschen überlegen, wie ich das jetzt mache. Ich werde es jetzt so. Ich werde es jetzt so machen. So wie ich es jetzt schon angefangen habe. Nicht, weil ich jetzt konsequent etwas Falsches durchziehe. Das ist aber der größte Fehler. Wenn man sich... Man merkt einen Fehler und zieht den dann weiter durch. Das bringt gar nichts. Ne, ich werde es so machen, dass ich... ... ihn halt sozusagen vielleicht sogar noch etwas weiter in die Ferne setze. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So. So. Ich nehme an, ihr hört wieder die Musik nicht. Ich habe noch mal letztes Mal gehört. Letztes Mal habe ich die Musik von dem einen Radio empfohlen. Solltet ihr die Musik hören, fragt einfach, wenn ihr wissen wollt, was das ist. Dann sende ich auch den Link. Kein Problem. Wichtiger Tipp, auch letztes Mal gegeben. Immer schön Musik anmachen, irgendwas. Oder irgendwas halt nebenbei auch laufen lassen, was einen nicht ablenkt, aber was einem sozusagen so ein bisschen entertaint, während man hier arbeitet. Das ist jetzt da hinten. Also da er so weit hinten ist, brauchen wir auch gar nicht so lange, um ihn auszuarbeiten. Ja, mal gucken, wie es ja weitergeht mit ihm. Dann,منierıs mal sagen. Also. Dann. 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 So, das geht schon mal. Okay. Ja, genau. Wir sind jetzt hier bei seinem Brustbord. Da gehen wir jetzt hier ein bisschen durch. Und hier werden wir ein bisschen schattieren. Unterm Kinn. Also ich mache es meistens so, dass ich die Lichtquelle das ist sogar ganz ratsam, die Lichtquelle an den, wie soll man sagen, über den eigenen Kopf sozusagen. So, da ist die Lichtquelle, kann man so übersetzt sagen. Ja. Das heißt, im Grunde, alles wird von oben in der Mitte belichtet. Das bedeutet, alles wird sehr gut belichtet. Man hat jetzt nicht so viele Schatten auf den Sachen. Aber man hat doch genug, um coole Effekte zu erzielen. Sowas hier zum Beispiel. Wenn man jetzt guckt, alles klar. Nicht ganz so viel. Das gleiche da hinten können wir gleich noch angehen. So, jetzt die Zähne. Wir gönnen uns wieder die Farben von den hinteren auf jeden Fall. Vorne sind auch ein paar Zähne. Gut, ja. Auf jeden Fall muss N gut breiten Kiefer kriegen. Sehr gut, sehr gut. Das kommt schon hin jetzt. Jetzt braucht er noch so ein Auge. Ne, erstmal braucht er erstmal braucht er noch das weiße Zähne auf seinen Zähnen. Sehr gut, sehr gut. So, und jetzt brauchen wir... Wir können mal folgendes tun. So. Jetzt gibt es die dummen Ränder nicht mehr. Jetzt kann ich ohne das Zeug arbeiten. Gut geeignet für den Stream. Weil ich mittlerweile echt auf alle Sachen verzichten kann. auf alle Keys, äh, auf alle Tools im Dingens. Letztendlich. Ganz ehrlich, Leute. Das ist echt, man, jetzt ein gut gemeinter Rat, ja. Ich weiß, ihr wollt es vielleicht nicht hören. Einige von euch. Ähm. Ich war's. Ich war früher genauso. Ich hab auch gesagt. Shortkeys. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Wozu denn? Ich hab doch hier dies. Ich hab doch hier jenes. Ich hab doch alles griffparat. Wozu brauch ich die Shortkeys? Leute. Gönnt euch die Shortkeys. Seriously. Überlegt euch. Wenn sie euch nicht passen, ja. Dann modifiziert sie selbst, so dass ihr die nutzt, sozusagen. So dass ihr die so habt, wie ihr sie wollt. Aber nutzt sie. Es bringt euch sowas von weiter im Flow. Im Malflow, sozusagen. Wie soll ich das sagen? Also. Ah, jetzt sieht er halt echt so ein bisschen dumm, dumm aus, sozusagen. Aber jetzt nicht großartig. Auf jeden Fall brauchen wir wieder gute Namen, wie alle anderen hier auch. Ganz wichtig. Die Narben, die erzählen nämlich Geschichten von anderen Schlachten, von damaligen Schlachten, die die jetzt schon hinter sich haben. Ganz, ganz wichtig. Und es gibt dem Ganzen nochmal zehnmal mehr Detail, was noch viel mehr wirkt. Ich setzte hier ein, zwei Dinge ins, ja. Ein, zwei nur. Es wirkt direkt so, als, als, ja, viel echter wirkt es. Weil, weil, weil alles nun mal auch Detail hat, in der echten Welt. Alles hat immer irgendwas. Wenn man sich allein mal die Wand in seinem Zimmer anguckt, man denkt, bei der Wand im eigenen Zimmer, denkt man so, da ist ja nichts drauf. Ja, aber, das eben doch, also, ich sag mal, alleine auf einer normalen Wand, da ist halt irgendwie, da sind diese, äh, die ist halt rau, so zum Beispiel. Keine Wand ist komplett glatt. Und wenn ja, dann sieht man da auch mal Risse drauf. Oder kleine Flecken oder was weiß ich. Aber, so, die Wand ist halt einfach rau. Hat halt auch eine Textur, die Wand. Alles hat so eine Textur irgendwie. Alles hat einen Detail. Ja, too much. Weil so hinteren, naja, also ich hab, ähm, gesagt letztes Mal, macht so viel Detail, äh, so viel, ähm, wie soll man sagen, Highlights. Highlights, immer Highlights machen, weil Highlights helfen und sind, sind geil und so. So, aber, das Problem bei Highlights ist, wenn man dann Sachen hat, die etwas weiter im Hintergrund sind, dann braucht man Highlights manchmal nicht. Das ist so das, das Knifflige, das Tricky an Highlights. Also, Highlights sind nicht die Richtlinie, ganz wichtig. Highlights nur da setzen, wo vorne ist, sozusagen. Und vielleicht noch Mitte. Aber, wenn etwas weiter hinten ist, das braucht jetzt nicht direkt Highlights. Es sei denn, es ist etwas sehr Großes vielleicht. Aber so jetzt, er ist ja jetzt etwas weiter weg und etwas kleiner, sag ich mal so. Er ist jetzt nicht so groß wie ein Berg oder kein Gebäude oder sowas. Dann braucht er das auch nicht. Dann braucht er das auch nicht. Falls ihr Fragen habt, traut euch, traut euch. Ich bin hier beim Chat. So, auf jeden Fall, er sieht genauso aus, wie ich es gerne gehabt hätte. Und zwar etwas dümmlich, etwas, ne, so stark, aber treu. Nicht böse. Nicht bösartig. So, jetzt haben wir doch ein Highlight gesetzt in den Augen. Ist vielleicht sogar too much. Passt aber schon. Lassen wir es so. Ich finde es gut. weiter Gates, weiter Gates, weiter Gates. Auf der Schulter auch etwas mehr belichten als dem Rest, um die noch ein bisschen weiter hervorzuholen. vielleicht hier noch der Brust voranfangen. Ah, nicht unbedingt. So. Genau. Und jetzt hier auf der anderen Schulter haben wir noch gar nicht die Schuppen gemacht. Das wird jetzt erledigt. So, jetzt habe ich im Grunde genau das gemacht, was ich vorhin gesagt habe, was ihr nicht machen sollt. Und zwar habe ich alle Schuppen, also die auf der linken Schulter genauso belichtet wie auf der rechten. Das ist ein Fehler. Also wieder wegmachen. Ganz wichtig. Wenn irgendwas nicht klappt, ja, oder irgendwas, wenn ihr merkt, oh, jetzt habe ich das doch falsch gemacht, ja, dann zieht es nicht durch. Lasst es nicht so, wie es ist. Korrigiert den Fehler. Es geht meistens schneller, als man denkt. Und ja, wenn man meistens, meistens ist es so, wenn man mit dem Plan schon rangeht, ja, das heißt, wenn man sich sozusagen, wenn man weiß, warum man etwas tut, dann geht es doch schneller. So. Das heißt, wenn man einen Fehler sieht und ihn korrigieren will, geht das meistens schneller, als ihn überhaupt erst zu produzieren. Und das sieht man oft nicht. Da denkt man, oh, ich habe jetzt aber so lange dafür gebraucht, so, was soll das denn? Jetzt kann ich das doch nicht ändern. Ah, doch, kann man. Das ist gar nicht mal schlimm. Sieht mir ein bisschen zu korrekt aus hier irgendwie. Ich finde, so, schon besser. So. Gut, er sieht echt hart wie ein Schrank aus. Wir müssen ihm mal ein bisschen weniger Brust geben. Ein bisschen stark soll er auf jeden Fall noch wirken. Oh, ja, das war gerade ganz interessant. Jetzt können wir nochmal machen gerade. Wenn wir jetzt hier die Detailebene verschieben mal, dann könnt ihr sehen, was da drunter überhaupt stattfindet und was da drüber ist, sozusagen. Es ist, äh, einfach nur ganz lustig. So. Ein Grund auch, weswegen man nicht alles gleich belichten sollte, ist der, ähm, dass man, äh, ganz einfach, ähm, in der Wirklichkeit ist es auch so, oder wie soll man sagen? Nee. Es gibt ein, es gibt eine optische Täuschung, ja? Wenn man die, wenn man es schafft, die selber anzuwenden, dann, dann hat man wirklich, dann weiß man, dass das Licht gut ist. Ein Beispiel. Lasst uns mal ein Beispiel machen. So, damit ich weiß, auf welcher Ebene ich bin, mache ich nochmal das, übernehme ich hier rein. Wir machen mal gerade ein Beispiel. So. Und zwar machen wir eine Fläche, die, hm, die einheitlich grau ist. Genau mittleres Grau. So. Und jetzt machen wir folgendes. Wir nehmen einen Kreis hier oben. Auswahl, umkehren. So. Und jetzt machen wir schwarz. Und hier unten machen wir weiß. Das gleiche mit weiß. Das heißt, Auswahl, umkehren. Nee, dies machen wir mal so. Und genau das, was ich euch erzählen wollte, ist natürlich jetzt hier nicht so gut zu sehen. Wie könnte man das denn auf die Schnelle hinkriegen? Ich glaube, wenn man das weiß vielleicht. Das könnte, das könnte sein. Nee, auch nicht. Hier vielleicht mit. Ah, ja, 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 was mache ich hier die ganze Zeit? Bisschen Richtung Grau. Und hier auch ein bisschen Richtung Nein, 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 das ist es noch nicht. Nein, je. Das Beispiel, was ich meine, ich gucke mal, ob ich das nicht vielleicht hier finde. Optische Täuschung. Oh ja, wir haben es, genau. Herrje. So. Äh. Hier haben wir es. Ihr seht hier, im Grunde seht ihr eins, und zwar das Fläche A und Fläche B sind genau der gleiche Grauton. Ne? Das, das würde man so nie glauben. Man hat hier dieses helle Grau und hier dieses dunkle Grau, aber es ist genau der gleiche Grauton. Und der Grund, warum das so wirkt, ist, dass hier alles sozusagen in einem etwas dunkleren Umfeld ist und hier oben in einem helleren Umfeld. Denn in einem helleren Umfeld wirkt etwas leicht dunkles direkt dunkler als etwas leicht dunkles in einem dunklen Umfeld. Das klingt zuerst mal verwirrend und klingt wahrscheinlich auch irgendwie, ich will mal sagen, irgendwie, man weiß nicht genau, wie man das jetzt erreichen soll, wenn man das versucht nachzubauen. Aber letztendlich haben wir das ähnliche hier zum Gesicht. So. Beispiel. Oder nee, hier beim Arm. Sagen wir mal hier beim Arm. Ja, das ist gut. So, wir haben hier beim Arm, wir nehmen hier diese, das ist ja hier bei dem, bei dem Schild hier ist das ja die, die etwas dunklere Fläche, also das helle ist ja hier und das etwas dunklere ist hier. Trotz allem ist das auf dem Arm heller. Und dabei wirkt der Arm doch genauso gleich hell wie das da. Aber so ist es halt eben nicht. Und wenn man dann, sag ich mal, hier diese hellste Stelle hier nimmt, dann ist das beim Arm viel zu hell im Grunde. Deswegen nimmt man so ein Zwischending. So, und dann hat man genau diesen Effekt, den wir gerade hatten bei dem, bei der optischen Täuschung, hat man im Grunde gerade selber erzielt. Ganz easy. Also das ist jetzt kein Umstand, das kriegt man hin. Upsa. Ich stelle wieder auf full. Apropos F bei Photoshop, falls ihr es, falls ihr wissen wollt. Ich stelle wieder auf. So. Die Hand, Hände sind immer eine Schwierigkeit. Wie soll ich sagen? Hände sind schwer, keine Frage. Aber man kann, ich würde sagen, relativ schnell der Profi für Hände werden. Erstmal kann man einfach der Profi für Hände werden, weil niemand Hände malen kann. Also ist man ganz schnell immer der, wo alle sagen, hier mal mal bitte hier die Hand, ich habe keine Ahnung, wie die gerade ist. Und ja, das ist vor allem der Grund, ja. Genau. Also, wenn man schon etwas mehr weiß, wie man eine Hand malt als andere, dann ist man schon der Handprofi. So. Wie erzählt man, oder wie kriegt man eine gute Hand hin? Oder wie lernt man es? So. Wie lernt man es? Ganz einfach. Referenzen. Nehmt euch Hände, die euch gefallen. Das ist natürlich nicht einfach. Hände, die einem gefallen. Was soll das heißen so? Ich meine damit, vielleicht habt ihr einen Künstler, der Hände gut malen kann, ja. Dann versucht doch mal diese Hände abzumalen. Wenn ihr es zu langweilig findet, eure eigenen zu malen oder Hände vom Foto oder so. Dann malt doch die Hände von einem Künstler oder halt wie ein Künstler diese Hände malt, versucht es auch so zu malen. Zum Beispiel bei mir war es so, die ersten Hände, die ich gemalt habe, naja. Also die allerersten Hände waren abgemalt von Gorillas, die Comic-Band da. Die haben ja im Grunde, der Comic-Zeichner von denen, der achtet immer ganz genau bei Händen drauf, beziehungsweise sieht einfach seine Hände, die er zeichnet, sehen immer sehr cool aus, fand ich. Und als Knirpsor dachte ich mir, oh cool, ja, versuche ich mal abzuzeichnen. So. Hat auch dann geklappt. Früher nicht so gut, später dann besser. Aber so fängt das auch an. Man muss am Anfang, am Anfang muss man, sag ich mal, dann so da drüber stehen. So, wenn es halt nicht gut aussieht, dann darf man sich davon nicht entmutigen lassen. So, und wenn man das hat, wenn man schon ein paar Hände dann so abgezeichnet hat, dann sollte man versuchen, Hände selber zu entwickeln. Man sollte versuchen, Hände in eigenen Posen sozusagen zu erfinden. Das heißt, wie soll man das am besten erklären? Nehmen wir als Beispiel, man malt, also zum Beispiel, also wie ich es gemacht habe einfach, das Alphabet dargestellt mit Händen. Also eine Hand oder maximal zwei Hände für einen Buchstaben. So habe ich das gemacht. Und so habe ich ein ganzes Blatt voll gemalt. Ein ganzes Alphabet als Hände. Und wenn ich mir dieses Bild jetzt angucke, dieses Hände-Alphabet, dann kriege ich das Grausen, ja. Also das sieht schrecklich aus. Keine Hand ist richtig anatomisch korrekt und so. Aber sie sind alle aus dem Kopf. So. Und einige, einige sind halt doch so, dass man sagen könnte, okay, okay, ja, ja, doch, die könnte sein. Die könnte, die ist anatomisch gar nicht mal so falsch. Und dieses, diese einigen, diese ein, zwei Hände, die man so hinkriegt, die bringen einen unglaublich weiter. Also nicht das, nicht, dass man sich dann am Ende genau diese Hände raussuchen soll und die nochmal malen soll. Nein, nein. Es ist einfach, es hilft einfach, dass man überhaupt das hingekriegt hat. Also im Grunde Unterbewusstsein. Du musst, man muss ja jetzt nichts mehr machen, sozusagen. Man muss einmal dieses Alphabet oder was weiß ich, es kann ja was anderes sein. Gibt es irgendwas, wo die Hände immer in sehr vielen Formen, irgendeine Sportart oder sowas, wo die Hand in sehr vielen Formen irgendwie, wenn ja, dann, dann wäre das vielleicht die ideale Lösung. Oder, wenn es nicht Sport sein soll, irgendein Game oder so, wo ganz viele Hände gibt oder so. Und dass man sich immer überlegt, diese Hände selber nachzumalen. Ohne, ohne Referenz dann. Dass man erst sich mal überhaupt die Anatomie ansieht, per Referenzen. Und seinen Stil auch so ein bisschen für die Hand entwickelt, so, ne. Ähm, und dann, dann aber, ähm, eigene entwickelt. Das ist der beste Weg, um Hände zu lernen. Und dann natürlich, niemals scheuen, Hände zu malen. Das ist das, das ist das Schlimmste, ne. Also da hatte mich, hatte mir auch einmal jemand erzählt, ähm, also ich hab das dann immer so gemacht, dass ich, äh, dass sich die Hände irgendwie, wie, die waren dann hinterm Körper oder waren dann, äh, im Wasser oder irgendwie sowas. Immer so Tricks, weswegen die Hände nicht dargestellt wurden. So, ja, toll. Und dann wurde er gefragt, so, mal mal ein paar Hände, so, ja. Da ging gar nichts mehr. Also, das heißt, unbedingt, unbedingt Hände malen. Nicht drumrum. Einfach versuchen. Es wird am Anfang scheußlich aussehen. Es wird wirklich scheußlich aussehen. Und da muss sich jetzt auch keiner schämen. Wirklich nicht. Am Ende seid ihr die Handprofis. Traut euch, Hände zu zeichnen. Hände sind sicherlich am Körper vielleicht eine der schwersten Sachen. Will ich glatt meinen. So, an Detail jetzt. Irgendwie die Hand. Ach, das geht schon. Erstmal, erstmal, erstmal das Braun von diesem Clown. Okay. Tja, Hände. Und Hände, ich sag euch eins, Hände machen Spaß. Hände machen richtig gut Laune. Wenn man gut Hände zeichnen kann, dann will man immer Hände zeichnen. Dann sucht man nach, nach der Möglichkeit, Hände zu zeichnen. Oh, was kann man jetzt noch für, oder zumindest mir. Also, ganz klar. Was ich hier erzähle, gilt nicht für alle. Das ist ganz logisch. Da muss ich das jetzt gar nicht erwähnen. Ah, das ist ein nager. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mal gucken, wie viele gerade hier im Stream sind. Ja, doch, doch, doch. Gut, gut. Ich will nur gucken, ob der überhaupt läuft und ob eigentlich überhaupt alles okay ist. So, und jetzt kommen wir hier zum Gold. Wir haben nicht genügend Gold, mein Gott. Das ist die wichtigste Erkenntnis. So, die haben, diese Ex-Menschen haben so als traditionelle Waffe so eine Art Nagelbrett mit Gold. Genau. Am Anfang bei Gold setzen wir großflächig diesen braunen Ton, dann setzen wir gelb. Und schon ausgewählter, aber immer noch großflächig ruhig trauen, mehr zu nehmen. So, hier. Dann setzen wir das nächste Erlehrer und davon setzen wir jetzt nur ganz kontrolliert. Setzen wir jetzt nur an prägenannten Stellen, an Stellen, wo Kanten sind zum Beispiel oder auf langen Linien, hier zum Beispiel. Und dann setzen wir den hellsten Ton. Baba, Gold von weit. Ja, von nahen sicherlich auch und genau, dann ist das schon mal ganz gut. Hier könnte man noch mit Detail ein bisschen was raushauen. Na, manchmal muss man auch einfach nah ran gehen. So. Und wieder kriegt er diese goldenen Linien hier. Na, da ziehen wir jetzt ein paar Mal die Linie, so. Und Leute, ohne Spaß, das was ich hier mache, dass ich die Linie zehnmal ziehe, ja. Lasst euch davon nicht abschrecken. Denkt nicht, das ist unnötig oder so. Es ist genial. Es ist genial. Also, passt auf. Die Standard-Einstellungen von Photoshop sind etwas begrenzt. Oder begrenzdebil, so genau. Die sind etwas bescheuert. Und zwar sind die ja, wenn man einen Schritt zurück macht, STRG-ALT-Z. So, das ist Schritt zurück. STRG-ALT-Z. Versucht mal, STRG-ALT-Z mit einer Hand zu drücken. STRG-ALT-Z. Und das, was STRG-ALT-Z ist, ist Farb-Proof. Das könnt ihr einfach überschreiben. Das braucht ihr. Dafür braucht ihr gar keinen Short-Key. Schritt zurück. Auf STRG-ALT-Z. Mega, mega wichtig. So, und wenn ihr jetzt einen Strich setzt, so, alles klar, dann, und ihr seid nicht ganz zufrieden mit dem, drückt einfach STRG-Y. Das ist ja hier direkt mit der Hand sofort erreichbar. Und das macht ihr einfach zehnmal. So, bis der Strich genauso ist, wie ihr wollt. Und das klingt bescheuert, den Strich immer wieder zu setzen, aber das ist, das lohnt sich so heftig, Leute. Bitte, macht es. Glaubt es mir. Es ist für euch. Für euch. Einfach nur erzähle ich das hier. Ich erzähle das ja jetzt nicht hier, um Werbung zu machen oder um irgendwie meinen Willen durchzusetzen. Ich sage euch einfach, macht es. Ich kenne auch Leute, die sagen, ach, weißt, so wichtig ist das ja nicht. Das ist ja, das ist mega wichtig. Der Grund ist auch, in Amerika, da arbeiten die so. In Amerika ist nämlich da, wo bei uns STRG-Y ist, ist bei den STRG-Z. Das heißt, nee, andersrum. Da wo bei uns STRG-Z ist, genau, genau, das ist besser. Da ist bei den STRG-Y. Das heißt, wir wollen das ja, also ich sag mal, wer hat die PCs erfunden? Die Amerikaner, so. Und was ich damit sagen will, ist, effizientes STRG-Z ist halt bei STRG-Y. Das klingt so bescheuert, ne? Aber es ist so. Oh ja, sein Nagelbrett gefällt mir auch ganz gut. So, dass die Nagel etwas fetter sind, ist eigentlich auch mega egal. So, und jetzt kommen die, jetzt werden die natürlich aufgehält. Na, vielleicht ist es auch nicht schlimm, wenn alle nicht gleich lang sind. Man muss überlegen, die werden geschustert aus, ähm, diese Nägel, die da drin stecken. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Hörner von irgendwelchen Tieren oder, gut, die sind wahrscheinlich aus Metall, also gegossen. Da wird schon nicht, aber auch da, die haben so primitive Schmieden oder so, und deswegen sind die Nägel nicht alle gleich lang und nicht alle gleich geformt. So, das könnten wir, wenn wir das haben wollten, dann könnten wir einfach einen Nagel malen und alle kopieren. Und den auch über alle kopieren, sozusagen. Aber das wollen wir nicht, so. Gut. Tja, das war's, ne? Hier, fertig ist er schon. Ja, naja. Ja, der ging halt etwas schneller. Der ist da hinten so. So, aber ich sehe, also was mich so ein bisschen stört, ist hier die Hand. So, dann drehen wir die Hand da ein bisschen. Also in meinen, also ich finde, es sieht so aus, als würde er die gar nicht richtig halten, diese Waffe. So, schon besser, schon besser. So. Perfekt. Jetzt, als nächstes, so, wir sind ja schon mal jetzt ganz gut weit. Als nächstes werden wir auch ihn jetzt nochmal ausschneiden. Und wenn wir das haben, dann kommt im Grunde der Background dran. Ups. So. Ach. Einblenden. Ganz gut. So. Wir malen außen rum jetzt. Genau. 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 Hierbei wichtig ist, dass man jetzt die, äh, die Shape, die, die Form von so einer Figur jetzt ordentlich ausarbeitet. Dass man die ordentlich jetzt, ähm, aus, ähm, wie soll ich sagen? Dass man alles Äußere so gut, ähm, ausschneidet, dass man am Ende eine klare, coole, dynamische Form hat. Das scheint auf den ersten Blick etwas umständlicher zu sein, das so zu machen, als direkt auf den, äh, auf einem vorderen Layer zu arbeiten. Allerdings, erst mal, wenn man sich an diesen, ähm, an diesen Workflow gewöhnt hat, dann, erst mal, geht das hier schneller. Ernsthaft. Auch wenn es sich komisch anhört. Es geht schneller, als das andere. Weil man, weil man gerade nicht so viel, ähm, aufpasst beim, 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 beim Erstellen der, der ersten Silhouette, sozusagen. Man kann da einfach, das einfach so machen. So, das ist egal. Man schneidet ja den Rest weg. So, deswegen. Äh, und ein zweiter Vorteil ist, also, nicht nur, dass es schneller geht. Der andere Vorteil ist, man hat mehr Kontrolle. Man kann im Nachhinein noch die Shape gut einfach bearbeiten. So, hier kriegt er ordentlich was weg. Und hier kriegt er den Kopf. So, ich bin heute ein bisschen genervt, denn ich habe bis 13 Uhr geschlafen. Und das hat mich etwas genervt. Ähm, weil dann auf einmal der ganze Tag vorbei ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Boah, wie ich damit hinaus will, ist einfach nur der Stream heute. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn wir den nicht so lange machen heute. Denn, ich wollte heute noch ein bisschen was schaffen. Und, genau. Ich hätte das eigentlich schon geschafft, wenn ich nicht so lange geschlafen hätte. Aber das ist nicht so schlimm. Das geht schon. So, hier, das muss weg. So. So, und jetzt hier haben wir noch einen enormen Vorteil. Und zwar, wenn wir jetzt diese, die Shape so nachträglich hier rausarbeiten, haben wir es ganz einfach, spitze Kanten zu erstellen. Das hat man einfach nicht, wenn man direkt die Form so erstellt. Dann hat man nicht die Möglichkeit, die Spitzen einfach so auszumalen. Es ist ja auch nur ein bisschen mehr Arbeit, aber, ja. Es ist mehr Arbeit. Ich finde vor allem, der große Vorteil ist nicht die Geschwindigkeit, nur, nicht nur die Geschwindigkeit, sondern die Dynamik. Am Ende nochmal sagen zu können, ach, hier, so will ich das doch. Das hat man bei dem anderen einfach nicht. Da kann man das auch ändern, ja, aber das ist umständlicher. Das ist nicht so intuitiv wie das hier. Du kannst nicht einfach sagen, so schneide ich das. Und so macht das Spaß. Sondern du sagst, oh, jetzt muss ich das hier und mach ich das richtig. Ja. So. We got it. We made it. Da sind sie. Die drei Echsenmenschen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was soll ich noch sagen? Genau. Einmal das. Und jetzt kommt im Grunde der Hintergrund dran. Aber der Vordergrund muss auch gemacht werden. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt gerade nicht so viel Bock auf den Vordergrund habe, sondern eher auf den Background. Ja. Also ich glaube, ich werde hier in dem Fall doch erst den Background machen. Ja. Ja, 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 ja. Das klingt gut. Das klingt gut. So. So. Strick. Nee, einfach nur F, genau. So, lasst mich mal auch nochmal gerade was gucken. Und, äh. So. Genau. So, jetzt machen wir folgendes, wir haben hier jetzt den Background, ja, das können wir noch machen, sowieso machen wir es, genau. Also, wir machen jetzt folgendes, wir haben jetzt unsere Ebene, sozusagen unsere Hintergrundebene jetzt über dem Vordergrund, ja. So, kein Problem, wenn wir jetzt hier zum Beispiel Hintergrund malen möchten, machen wir folgendes, wir drücken einfach auf, wir machen eine neue Ebene, ganz einfach hier unten, neue Ebene, über dieser Ausschneideebene und diese Ebene machen wir zu einer Ebenenmaske. Das machen wir, indem wir alt gedrückt halten und zwischen die beiden Ebenen, links klick, zwischen die beiden Ebenen erscheint dann auch dieser Pfeil. So, und jetzt haben wir diese Ebenenmaske bezogen auf die Ebene, die wir hier gerade haben. So, wenn wir die noch auch noch bearbeiten, sollte da noch was sein. Und das machen wir jetzt. Jetzt machen wir den Himmel. Und den Himmel fangen wir erstmal an mit einem Gradient, einem Verlauf. Also, für diese Echsenmenschen muss ein Orangeton her, glaube ich. Wir nehmen mal das Blau von diesen Echsenmenschen und knallen das mal in den Cooler, durch den Cooler, ins Cooler-Tool rein, um uns sagen zu lassen, was für eine Himmelsfarbe wir wollen. So, es gibt nämlich, wenn ihr oben hier auf Fenster, Erweiterungen und Cooler klickt, dann kommt das Cooler-Farb-Tool. Dann klickt man hier auf Erstellen. Und jetzt muss man nur gucken, was für einen Wert die Farbe hat. So, was haben wir hier? Hex. Ist das Hex? Das sieht mir nicht nach Hex aus. Kann man hier das vielleicht irgendwie... Was steht hier? Farbschema in Cooler hochladen. Dieses Farbschema zu... Ah, cool. Ah, hier. Hier hat man die unterschiedlichen... Oder? Was ist das jetzt? Ne, das ist was anderes. Regel-Triade erstellen. Aber auch hier können wir im Farbregler gehen und uns hier den Hex-Code anzeigen lassen. Ach, ne. Hier, hier, hier haben wir es. 3, 2, 7, 7. Bin ich jetzt blöd oder was? Warte mal, hat er die ganze Zeit die Farbe doch... Also er hat sie hier im Cooler-Tool. Hat er sie? Aktuelle Vordergrundfarbe als... Ah, okay. Alles klar. Wir nehmen die Farbe und klicken auf dieses Symbol. Ja, man muss erstmal... Man muss sich erstmal in diesen... Ich hab den auch noch nie so richtig genutzt, muss ich gestehen. Aber der wurde mir jetzt von einem Dozenten empfohlen, dieses Cooler-Tool. Und ja. Genau. Hier klicken wir jetzt auf Komplementär. Komplementär wirkt immer ganz gut. Oder Triade. Hmm. Zusammengesetzt. Oh ja, das könnte auch wirken. Ich glaube, ich glaube, wir nutzen vielleicht das Schema der Triade. Obwohl das Triadenschema... Monochromatisch... Triade. Jetzt will ich mal sehen. Dieses Farbschema zu Farbfeldern hinzufügen. Übelst genial. Übelst genial. Es funktioniert einfach. Komplementär. So. Das könnte man jetzt einmal... So. Wir haben jetzt hier eine Menge Farben. Ich probiere jetzt mal Folgendes. Ich probiere mal hier. Ah, okay, okay, okay. Verstehe. Lass uns nochmal in den Cooler rein. Und dann... Lass uns diese Farbe als Grundfarbe nehmen. Komplementär. Ja, das ballert natürlich ganz schön. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir das arrangieren. So. Und damit wir nicht hier wahllos rummalen, geben wir einmal auch Sonnenuntergang ein. In... 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 In Google. So. Dann gucken wir hier. Okay. Sonnenuntergänge. Gibt's ja einige. Äh... Aber hier, der hier zum Beispiel. Der interessiert mich echt am meisten, muss ich sagen. Also... Den finde ich genial. Den nehmen wir. Was man jetzt machen kann, ist, dieses Foto reinladen in unsere Photoshop-Datei. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen erstmal hier. Wichtig ist, dass ich mir jetzt ansehen kann, wo welche Farbe ist. Und zwar ist in diesem Fall hier oben mehr lila. Oder sogar blau. Und unten ist mehr, ähm... mehr orange. So. So. Wir halten uns jetzt nicht sklavisch an diese Referenz. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir nutzen diese Referenz als, ähm... Als... Einfach als Leitfaden. So. Hier hinten soll es sogar zu blau gehen. Das probieren wir auch mal. Aber nicht allzu viel. Finde eher das orange hier. Fehlt mir so ein bisschen das Gelb. Das ist ja hier. Ne? Dadurch weiß ich automatisch, welches Gelb am ehesten passt, so. Und... Ich komme hier auch voran. Unten hier wird es nochmal so ein bisschen dunkler. Nochmal ins orange. Hier. So. Jetzt haben wir schon mal einen geeigneten Himmel. Und jetzt schneiden wir uns diesen Berg hier vorne. Den schneiden wir einfach mal aus. So. Und ich würde den mal in diesem Grüntönen hier. so. Und jetzt... so. Und jetzt... so. Und jetzt... so. Und jetzt... so. Dann lassen wir es mal so. Und jetzt haben wir schon mal den Background soweit. Aber ich sehe auch gerade... Ein bisschen sollte der Berg doch eingefärbt sein. Ein bisschen sehr. Ein bisschen mehr. Und dann können wir jetzt hier wieder eine Farbe nehmen. Und jetzt können wir mal rumprobieren. Wie wirkt was? Und wie kriegen wir noch ein paar mehr Berge in die Ferne? Wichtig ist, es ist ein von Dschungeln durchzogener... Ähm... Ein von Dschungeln durchzogenes Tal. Was wir hier darstellen. Und ja, das probieren wir auch. So. Das Ding ist, so sehr bin ich gar nicht scharf drauf, einen Sonnenuntergang darzustellen. Sondern es soll einfach diese... Diese... Wie soll ich sagen? Abendliche Dschungelatmosphäre herrschen. So. Dann haben wir jetzt hier erstmal ganz grob schon mal unsere Farbflächen. Das wichtigste ist immer diese Farbflächen zu finden erstmal. Die können auch so grob sein, wie die, wie die sein wollen. Das ist total egal. So. Und das Gute wäre jetzt hier vielleicht Lineart-mäßig. Ja. Gut. Und zwar das Lineart hier an dieser Stelle ist mir doch vollkommen in Wurscht. Also mir nehmen wir das hier weg. So. Bam. Schon ist es viel, viel weiter das Bild. Ähm... Jetzt müssen noch Wolken nach oben. Und das machen wir auch wieder mit dieser Spezialebene. Das machen wir auch mit einer Extraebene. Ähm... Warum? Ganz einfach. Vielleicht... Wir probieren jetzt erstmal eine Wolke aus oder ein paar Wolken zu machen. Und wenn sie nicht aussehen, dann sind wir nicht gefesselt an diese Wolken. So. Deswegen machen wir das hier. So. Jetzt könnte man sich ja auch überlegen, eine Wolkenbrush zu nehmen. Oder etwas Vergleichbares. Das hier ist jetzt kein Wolkenbrush. Äh... Ja, das kann man machen. Muss man aber nicht. Ich finde am ehesten wirken gemalte Wolken. So. Ich finde am ehesten wirken gemalte Wolken. So. Wir machen die jetzt hier in diesem Lila. Sie können auch zum Rot verlaufen. dass wir jetzt nicht viele Farben hinzufügen, sondern mit denen gegebenen, von... mit denen von cooler gegebenen Farben, ähm... arbeiten. So. Hier orientiere ich mich doch tatsächlich ein bisschen an der Referenz mit den Wolken. Dass die Wolken sag ich mal... Also sie sollen... Die Wolken sollen... Guck mal. Jetzt kommen wir zu einer... Eine... 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 Ähm... Wie nennt man das? Zu einer Kompositionsfrage. Und zwar... Wie sollen denn die Wolken überhaupt sein? Und ganz ehrlich, die Wolken können nochmal sehr stark das Bild, ähm... beeinflussen. Ähm... Mit ihrer... Ja, mit ihrer Form, mit ihrer... Richtung, mit ihrem Alm. So. Einen Moment. Ne, doch nicht. Ja. Ähm... Also die Wolken können maßgeblich das Bild beeinflussen durch ihre Richtung. Und was wir hier machen ist... Wir setzen die Wolken so, dass sie auf unsere Helden zeigen. Beziehungsweise auf den Haupthelden. Also wir setzen sie immer noch glaubwürdig an, dass sie glaubwürdig aussehen. Aber... Wir nutzen... Aber wir lenken sie auf jeden Fall in die Richtung der Charakter. Am besten nicht ganz so offensichtlich, wie ich's jetzt hier mache. Und am besten so, dass nicht alle Wolken gleich lang sind, denn so ist es auch in Wirklichkeit nicht. Und dass man auch in der Ferne ein paar Wolken sieht. All dies tun wir gerade. Ich wollte schon einen wirklich sehr bewölkten Himmel. Das war auch direkt... Das war auch die Idee dahinter. Und jetzt können wir noch mal über diese Wolken rüber gehen mit einem Gradient. Den ein bisschen Kontrast nehmen. Denn Wolken sollten nicht so kontrastreich sein. So, was ich gerade... Was mich gerade so ein bisschen wurmt... Ist, dass das alles so ein bisschen gräulich ist. Wenn man jetzt mal guckt... Wenn man die Jungs hier vorne mal wegnimmt... Dann ist das... Der Himmel ist doch jedenfalls relativ grau. So. Und auch da könnten wir uns behelfen. Ähm... Also ich bin schon mal so ganz zufrieden mit allem beim Himmel. Also können wir den schon mal merchen. So. Und jetzt könnten wir einmal versuchen, da ein bisschen mit... Ligkeit, Kontrast ein bisschen ran zu gehen. Denn den Himmel wollte ich wesentlich heller haben. Aber auch nicht ganz so hell. So. Ganz gut. Das ist ganz gut. So. Soviel erstmal dazu. Es ist halt immer noch nicht fertig. Aber ich würde sagen, wir lassen es auch jetzt erstmal. Ich habe jetzt... Wir haben jetzt eine Stunde wieder zusammen. Ähm... Genau. Ja. Wir sind weit gekommen. Wir haben die drei Salamander fertig. Wir haben angefangen, den Background... Die Komposition für den Background zu erstellen. Äh... Was wir noch machen werden auf jeden Fall. Als nächstes sind die Palmen. Trees. Ja. Jetzt sieht man sie gerade nicht mehr. So. Hier. Die setzen wir noch rein. Und wir setzen noch die Flieger von oben rein. Für die werden wir auch nochmal References nehmen. Also sind wir bei gut nochmal... Ah... Wir werden noch ein paar... Wir werden noch ein paar Stunden dafür brauchen. Wahrscheinlich. Gut. Ob... Ob... Ob wir dieses Bild hier weiter malen, dann... Ist die Frage... Ich weiß es nicht. Ähm... Vielleicht habt ihr einmal Lust, was anderes zuzusehen. Ich meine... Wobei es bald wieder spannend wird, jetzt mit den Bäumen zum Beispiel. Da wird es auf jeden Fall wieder spannend. Und... Ähm... Ja... Die Wolken auch nochmal ein bisschen verfeinern vielleicht. Und... Ähm... Die Flieger... Dann sind wir eigentlich schon fertig mit allem. Ne? Der Boden hier noch unter unseren Kriegers Füßen. Und dann haben wir es ja eigentlich schon. Das ist... Das ist nicht wenig. Aber es ist auch nicht viel. Es ist machbar. Ich fände es auf jeden Fall cool. Äh... Je nachdem... Äh... Ob ihr dabei werdet oder nicht. Äh... Im Stream. Und... Äh... Sonst gucken wir einfach. Vielleicht machen wir nächste Woche was anderes. Ich danke an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ähm... Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Malen. Beim Selbstmalen. Und... Ähm... Ja... Ich sag euch... Malt weiter, malt weiter. Ihr werdet die Besten. Niemals aufgeben. Niemals kapitulieren. Und damit... Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Gute Nacht.